Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Anlegerinnen und Anleger zögern vor US-Inflationsdaten und EZB-Sitzung am DAX-Markt. Marktbericht DAX-Investoren vermeiden Risiken Marktbericht DAX-Investoren vermeiden Risiken Die Anleger an der Frankfurter Börse zeigten sich am heutigen Handelstag besonders risikoscheu. Der Leitindex DAX gab im Verlauf des Tages nach und verzeichnete nur ein geringes Handelsvolumen. Die Anleger scheinen abzuwarten und mögliche Risiken zu vermeiden. Ein Blick auf die Einzelwerte zeigt, dass insbesondere die Aktien aus dem Bankensektor die Verlierer des Tages waren. Aber auch die Automobilindustrie zeigte sich schwach und verzeichnete leichte Verluste. Analysten vermuten, dass die Anleger derzeit eine abwartende Haltung einnehmen und erst auf neue Impulse oder Signale aus der Wirtschaft reagieren wollen. Eine konkrete Richtung für den Markt sei derzeit nicht erkennbar, so die Experten. Quellenangabe Börse Frankfurt, Thomson Reuters Autor Anita Farke, Datum Dienstag, 9. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017